Hallo zusammen! Ich mache dieses Video aus mehr oder weniger aktuellem Anlass, weil es seit dem Hogwarts Legacy Release ein paar Spezialisten mit sehr interessanten Argumenten gibt. Und ich wollte kurz erklären, wo bei diesen Spezialisten der Denkfehler liegt und wie man den Leuten auch ohne Buntstifte beipulen kann, dass sie absoluten Blödsinn labern. Das ist ein mehr oder weniger Notfallvideo, also erwartet nicht zu viel Editing oder zu viel irgendwas. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem was damit anfangen. Hogwarts Legacy wurde schon vor dem Release dafür kritisiert, dass die Darstellung und Behandlung von Goblins ein kleines bisschen problematisch sein könnte. Hauptsächlich, weil die Goblins in der Art, wie sie dargestellt werden, sich sehr stark an antisemitischen Stereotypen anlehnen. Und seit dem Release gibt es ein paar Verteidiger von Rowling und oder Hogwarts Legacy, die eine geniale und bahnbrechende Verteidigung entwickelt haben. Wenn du Goblins mit Juden vergleichst, dann bist du antisemitisch! Das mag für einige Leute überzeugend klingen, das dürften aber auch die Leute sein, bei denen der IQ und die Schuhgröße dieselbe Nummer haben. Um hier einmal von Harry Potter und J.K. Rowling wegzukommen, um auf etwas neutralerem Grund zu erklären, gebe ich euch ein kleines, ausgedachtes Beispiel. Hier ist ein Ork in meinem Hyperborea-Setting. Orks kommen von einem Kontinent im Süden, der sowohl kulturell als auch technisch sehr rückständig ist. Orks werden in diesem Kontinent auch landläufig als Ubuntu bezeichnet. Sie haben dunkle Haut und wülstige Lippen. Sie ernähren sich primär von frittiertem Hähnchen und Wassermelonen, können aber leider nicht schwimmen. In der zivilisierten Welt machen Orks nur etwa 13% der Bevölkerung aus. Sie sind aber für über 50% der gewalttätigen Verbrechen verantwortlich. Sie sind häufig ein Teil von Diebesbanden, schmuggeln Drogen und ich glaube, ich kann das Bild hier abbrechen, oder? Ja, okay. Was ich hier präsentiert habe, sind sehr offensichtliche rassistische Stereotypen. Aber Afroamerikaner wurden mit keinem Wort erwähnt. Das ist ein Beispiel für Coding. Die Orks sind ein sehr offensichtliches Stand-in für Afroamerikaner. Und wenn jemand diese Orks als rassistisch kritisieren würde, wäre es unehrlich von mir zu sagen, wenn du denkst, dass meine Orks Schwarze sind, dann bist du aber rassistisch. Die Kritik ist nicht, dass Orks wortwörtlich Schwarze sind oder dass Goblins wortwörtlich Juden sind. Die Kritik ist, dass die Darstellung von Orks auf rassistischen Stereotypen aufbaut. Und im Fall von Hogwarts Legacy und J.K. Rowling ist die Kritik, dass die Goblins auf antisemitischen Stereotypen aufbauen. Oder um das Argument etwas genauer zu erklären, Goblins werden dafür kritisiert, dass antisemitische Stereotypen, die der Autor hatte, auf die Goblins projiziert wurden. Was den Konter von, wenn du Goblins mit Juden vergleichst, bist du antisemitisch, noch dümmer macht. Oder um es für die ganz billigen Plätze zu erklären, der Autor macht antisemitische Goblins. Die Fanboys sehen einfach nur Goblins und hinterfragen nichts. Der kritische Leser sieht die Stereotypen, auf denen die Goblins aufbauen und kritisiert diese Stereotypen und somit zu einem gewissen Grad auch die Goblins und den Autor. Der Fanboy nennt den kritischen Leser einen Antisemiten, weil er die Stereotypen entweder nicht erkannt hat oder weil er sie ignoriert hat. Oder im Worst-Case-Szenario sagt er nichts über die Stereotypen, weil er den Stereotypen zustimmt. Und den kritischen Leser einen Antisemiten zu nennen, ist einfach nur eine Abwehrtaktik. Also um das Video abzuschließen, im besten Fall ist diese Verteidigung hirnlos und undurchdacht und im schlimmsten Fall wird sie von Arschlöchern benutzt, die diese Art von Darstellung in den Medien normalisieren wollen. Und weil es mir gerade beim Editing aufgefallen ist, eine kleine Klarstellung. Ich will nicht behaupten, dass J.K. Rowling aktiv antisemitisch ist. Aber ich gehe davon aus, dass sie gewisse Vorurteile hat und weil sie die am wenigsten selbstkritische Person der Welt ist, packt sie einfach alles, was sie jemals gedacht hat, in ihre Bücher rein und versteht nicht, warum Leute daran Anstoß nehmen könnten. Wenn man sich für fünf Minuten anguckt, wie sie Aktivismus behandelt oder Sklaverei behandelt oder Kulturen, die nicht europäisch sind, behandelt, dann kann man relativ klar sehen, dass sie nicht wirklich sehr lange über die Sachen nachdenkt, die sie in ihre Sachen reinpackt. Ich wollte es nur erwähnt haben, bevor irgendjemand anfängt mit Scheiße zu schmeißen und mir sonst irgendwas vorwerfen möchte. Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.